Musik Herzlich willkommen liebe Zuschauer bei time2do.ch Ich hoffe, dass Sie sitzen entspannt in Ihrem Wohnzimmer oder wo auch immer Sie, Fernseh oder Video schauen. An dieser Stelle einmal wieder einen herzlichen Gruß an alle die, die über das Internet, über unseren YouTube-Kanal weltweit zuschauen. Weil weltweit ist heute ein Thema, die Welt ist nicht nur die Schweiz, Europa, nein, es geht viel weiter hinaus und vielleicht haben Sie jetzt nachgeschaut, seit ich Ihnen gestern Abend gesagt habe, ob Sie den Namen Claire Labelle kennen, eine außergewöhnliche Frau mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und außergewöhnlichen Dingen und hier ist sie. Herzlich willkommen Claire Labelle und Ihre Kollegin, die das Paraguay-Projekt leitet, Erika Kling. Schön, dass Sie den weiten Weg gefunden haben, auch in die Schweiz zu kommen und vor allen Dingen in meine Sendung nach Langenthal ins Zentrum der Welt. Und es war mir ein Bedürfnis, nachdem ich durch die Lian gehört habe von dem, was du tust und mich dann ein bisschen schlau gemacht habe und die Zuschauer, wenn wir nochmal in die Totale gehen, werden sehen, da vorne sind eins, zwei, drei, vier, es gibt insgesamt fünf Bücher von dir. Dann steht hier unten an unserem Tisch eine ganz wahnsinnige Reihe von DVDs über sogenannte Friedensreisen. Bevor wir die Zuschauer jetzt ganz verwirren, wer ist Claire Labelle? Wie kommt sie zu dem, was sie heute tut? Claire Labelle ist eigentlich ein kleines Mauerblümchen aus der letzten Bank in ihrer ganzen Jugendzeit gewesen und ist dann mit 19 an Bechterew erkrankt. Und ich habe schon mit zehn Jahren gesagt, wenn es Gott gibt, dann ist Gott die Logik und dann muss alles eine Logik haben. Und so habe ich innerhalb des Bechterewes in meinen Schmerzen Bilder gesehen, die dazu geführt hatten, dass die Schmerzen entstanden. Es ging darum, dass ich eine ganz alte Inkarnation aus einer alten Zeit auflösen durfte und dann habe ich mich jedes Mal an die Vergebensarbeit gemacht. Wem musste ich noch verzeihen? Dem Scheiterhaufenanzünder, den Inquisitoren, alle die, die mich damals mal trätiert haben. Und nach 17 Jahren war der Bechterew verschwunden, obwohl mein Arzt mir gesagt hatte, dass ich genau zu dem Zeitpunkt im Rollstuhl sitzen würde. Und nach meiner Heilung konnte ich dann die Zellinformation, so nenne ich das, auch bei anderen Menschen sehen. Und diese Fähigkeit hat mich dann dazu befähigt, dass ich Menschen auch helfen konnte, indem ich bei ihnen die Zellinformationen wie in einer Datei anklicken darf. Der Mensch ist wie eine große Festplatte. Und in dieser großen Festplatte sind alle Ereignisse gespeichert, die wir je in irgendeinem Leben erlebt haben. Und diese Ereignisse aufzulösen und wieder in die Vergebensarbeit zu führen, das führt zur Heilung. Unglaublich in der Tiefe. Das heißt, alle diese Dinge, die wir so Karma nennen, sind ganz wesentlich für unser jetziges Leben hier auf diesem Planeten zu dieser Zeit. Und es wird ja noch viel ausgeklammert. Wenn wir heute, ich sage immer, in die sogenannte Außenwelt, so heißt das bei mir mittlerweile gehen, da wird von diesen Dingen überhaupt nicht gesprochen. Für viele ist das immer noch Hokuspokus. Durch viele Gäste, die ich schon habe, weiß ich, dass das aber mitnichten Hokuspokus ist, sondern dass wir alle mit unserer Seelenerlebniswelt in unserer Vergangenheit, also nicht nur in diesem Leben, sondern auch in denen davor, ganz eng verbunden sind. Und somit sprichst du natürlich was an, was auch sehr konträr diskutiert wird, das Thema Opfer und das Thema Täter, das Thema Schuld. Das ist ja alles damit verbunden, dass wir nur das im Jetzt betrachten, aber nicht sehen, der heute Opfer ist. Vielleicht musste der das sein, weil er früher ein ganz böser Bube war und sich jetzt als Seele zur Verfügung stellt, dass die anderen was von ihm lernen können. Ja, nicht nur das, es ist so, dass eben die, die heute Opfer sind, oft ja mit der Frage kommen und die Anrufe kriege ich laufend. Sag einmal, Claire, warum habe ich ständig diese gleichen Ereignisse, Erlebnisse und auch die dazugehörigen Krankheiten und Unfälle? Guck doch da mal rein. Und dann schauen wir da rein und dann sehen wir, dass eben der Mensch früher vielleicht noch viel schlimmer gehandelt hat. Und dann kommt immer die Konklusion, oh, dann kann ich ja froh sein, dass es mir in diesem Leben noch so gut geht. Ich sage, das darfst du wirklich, weil du wohnst in den obersten 2% der Welt, ja, in den reichsten Ländern der Erde, selbst mit Sozialhilfe geht es dir noch besser als im größten Teil der Menschheit. Und dann kommt die Zufriedenheit und mit der Zufriedenheit die Heilung. Das heißt, wenn Menschen zu dir kommen oder deine Hilfe suchen, dann ist das ja ein längeres Prozessing. Du hast, das blenden wir jetzt gleich einmal ein, wenn die Regie das einmal einblendet, bitte. Du hast einen Termin. Erstens gibt es ein wunderbares Seminar am 14.06. um 19 Uhr in Baden in der Schweiz. Der genaue Ort wird bekannt gegeben an die Teilnehmer. Da gibt es einen Einführungsvortrag in das geistige Heilen mit Claire Labelle. Das ist eine allgemeine Information, wo die Menschen sich informieren können, auch wo deine Bücher erhaltbar sind und natürlich die wunderbaren DVDs deiner Aufgaben, die du schon überall auf der Welt vorgeführt hast. Das Wichtigste aber für Sie, liebe Zuschauer, ist, notieren Sie sich das, nennt sich Durchlichtungsanalysen. Und Sie sehen, es sind jeweils nur zwei Termine möglich an diesen fünf Tagen, wo Claire Labelle noch in Europa weilt. Wenn Sie sich anmelden wollen, wir lassen das einen Moment stehen, dann notieren Sie sich die Rufnummer, das ist die 076 426 0525. Da erreichen Sie Leana, die die Aufgabe übernommen hat, die ganzen Termine zu koordinieren und Ihnen das zu bestätigen, dass Sie teilnehmen können. Also das bedeutet, wie gesagt, fünf, sechs Tage sind es, wenn der 15. ist mit drin, sechs Tage, zweimal sechs, zwölf Menschen können die Möglichkeit wahrnehmen, bei Claire Labelle Hilfe zu bekommen. Auch im Herbst bin ich ja wieder da. Aber lange Zeit und zwölf, wie gesagt, ich habe ja viel Erfahrung mit dem Thema, wenn Menschen, die besondere Fähigkeiten verfügen, die zum Heilen geeignet sind, bei mir sind, dann rappelt bei denen das Telefon von morgens bis abends. Wir denken, die Welt wäre gesund, das Gegenteil ist der Fall. Wahnsinnig viele kranke Menschen, immer mehr nehmen Krankheiten zu, wie Krebs, wie Parkinson, wie Demenz, wie Alzheimer, wie Diabetes. Diabetes, sagen wir das Wort Volkskrankheit, gefällt mir. Das heißt, wenn du die nicht hast, gehörst du nicht dazu. Das muss man quasi schon. Ich nehme mich da aus. Ich sage, da bin ich gerne ein Außenseiter in dem Thema. Also da gibt es Hilfen und du gehst bis in die Tiefe, bis in die Ursachen hinein. Und wie geht denn sowas ab? Erkläre uns mal, weil wie gesagt, zwei Termine, normalerweise machen Heiler fünf, sieben, acht, zehn Termine am Tag. Warum dauert das so lange? Was machst du da? Ich mache also wirklich eine Kompaktarbeit, die besteht eben in der ersten Stunde aus einer ganz gezielten und guten Anamnese, würde man medizinisch sagen. Ich nenne es das Vorgespräch. Da frage ich danach den Krankheiten, die der Mensch hat. Oft kommen die Menschen mit austherapierten Krankheiten. Insofern stehe ich nicht zur Konkurrenz zur Medizin. Wenn die Medizin sagt, Schluss, aus, es gibt nichts mehr zu machen, wir können ihnen nur Schmerzmittel geben, dann kommen die Menschen zu mir. Und dann frage ich, wann hat es begonnen, um den sozialen Hintergrund zu haben. Hat die Person zum Beispiel einen Täter aus der alten Zeit wieder als Partner geheiratet, als Vater, als Mutter? Und wie sind die Konflikte dort? Und dann frage ich auch nach Albträumen. Und die Albträume zeigen uns, wo die Menschen vorher gelebt haben, in welchen Seelenebenen sie unter Umständen auch etwas abgelegt haben. Und diese Albträume geben mir einen guten Hinweis darauf, was vorliegen kann. Der zweite Teil ist dann die Heilstrahlung an sich. Da sitze ich dann, wie wir es gleich auf dem Foto sehen werden, mit meinen Händen am Ende des Massagetisches. Und hier kommt dann die Lichtstrahl heraus. Das spüren die Menschen auch, wie Wellen, die durch den Körper gehen. Und diese Wellen klicken praktisch die Datei in der Zelle an. Das Bild baut sich langsam auf. Und ich sehe dann den ganzen Film über das Original, also über die Ursache der Krankheit, so wie sie einstens entstanden ist, in diesem Leben oder in einer früheren Zeit. Und anschließend schreibe ich das dann alles auf, wie man das gleich auf dem Bild auch sehen wird. Und das ist in einer ruhigen Zeit. Ich sage meinen Patienten, schlafen Sie ruhig, schlafen Sie gut durch. Und nachher setze ich mich dann nebenan in den Sessel. Und wenn Sie fertig sind mit Nachruhen, dürfen Sie dann aufstehen. Also für den Patienten gibt es da nichts zu sehen. Und ich beruhige ihn so, damit ich in Ruhe bei ihm Fernsehen gucken kann. Also ich brauche keine Krimis mehr. Ich sehe genug Krimis der Erde. Der dritte Teil ist dann das Nachgespräch. Und da ich ja Lehrerin bin, ich war ja auch hier in der Schweiz mal Lehrerin, arbeite ich das didaktisch auf. Ich möchte meine alten Schüler gerne noch alle grüßen, die gesagt haben, dass sie mich dann gerne mal im Fernsehen sehen würden. Haben wir jetzt auch realisiert. Danke. Und dann anschließend mache ich dann das Nachgespräch didaktisch aufbereitet. Das heißt, ich motiviere, meine Patienten weiterzuarbeiten. Niemand bekommt von mir weder ein diskriminierendes Wort, egal was er irgendwann mal angestellt haben könnte, noch irgendein Wort der Abwertung nichts. Die Motivation ist so positiv, dass der Mensch sagt, oh ja, das möchte ich loswerden. Das ist wirklich etwas, ja, das ist ja die Wurzel meines Übers. Das heißt, selbst wenn er in seinem vorhergehenden Leben oder in einem seiner vorhergehenden Leben ein ganz böser Bube war oder Mädchen, je nachdem, dann wirst du ihm nicht die Details sagen, um nicht ihn im Prinzip in eine Schocksituation in seiner Seelenebene zu führen. Du umschreibst das so, dass er zwar erkennt, dass da irgendwas nicht so toll lief, aber dass er da frei rausgehen kann und dieses wirklich verarbeiten, annehmen und sagen, okay, das lasse ich hinter mir, das ist nun erledigt. Und ich will als freie Seele in dieser Welt meine Aufgabe wahrnehmen. Genau, erledigt ist es dann, wenn wir die Innenschau gemacht haben, denn in der Innenschau wird auch nicht mehr die Tat gezeigt, sondern es werden nur die Seelen gerufen. Da arbeiten dann in den Seelenebenen dann Erzengel Michael, Erzengel Raphael mit. Sie holen die Seelen ran und die Seelen unterhalten sich. Sichtbar für meinen Patienten. Ja? Und dadurch kann man sich wirklich voreinander dann aussprechen, miteinander die Vergebensarbeit machen, bis zu dem Punkt. Und deswegen ist die Innenschau immer unberechenbar lang. Darum habe ich auch nur zwei Termine, weil ich brauche Pufferzone. Manche Innenschauen gehen länger und wenn ich schon ahne, dass sie lang gehen, lege ich sie auf den Abendtermin. Es gab schon Innenschauen bis morgens halb fünf. Nee. Ja. Wow. Da war ich dann wirklich auf dem Zahn. Aber da hat einer was auf dem Karpolz gehabt? Ja, ja, und wer viel gesehen, viele Seelen nach Haus geführt. Jetzt stellen wir uns vor, Kaiser, die tyrannisch gehandelt haben, die Seelen kommen ran. Sie möchten wirklich, dass der Kaiser sie um Vergebung bittet. Das sind manchmal Millionen. Manchmal muss sich die Seele auf einen Hügel stellen, damit sie zu allen spricht. Aber dann anschließend, wenn die Vergebensarbeit gelaufen ist, gehen wieder Millionen Seelen hoch. Manchmal sind es nur zwei, manchmal nur drei, manchmal auch nur eine. Je nachdem, wie viele Seelen da eben dem Täter, meinem Patienten oder wem auch immer, vergeben haben. Oder wie viele Opfer einem anderen Täter vergeben haben. Und das ist dann ein großes Ding, was dann auch eben in den Seelenebenen sehr wohl registriert wird. Dadurch kann vieles viel sanfter ablaufen, weil dann nicht mehr so viel ausgetragen werden muss, auch hier auf der Erde. Und diese Innenschau ist sehr schön, sehr sanft. Unser Schöpfer möchte nicht, dass sich der Mensch retraumatisiert. Und deswegen ist für mich das höchste Glück, wenn ich am Ende von einer Innenschau sehe, dass mein Patient ins volle Licht laufen kann und wirklich den Schöpfer umarmen kann und vom Schöpfer in den Arm genommen wird. Mein Kind, du bist wieder zu Hause. Wie der verlorene Sohn. Und so geht es vielen. Nicht immer in der ersten, aber in mehreren Heilstrahlungen hintereinander, wenn wir Schicht für Schicht abgetragen haben. Ich meine, das, was du jetzt gerade erzählt hast, hört sich ja unglaublich harmonisch und liebevoll an. Das ist wahr. Jetzt werden wir ja in eine Welt hineinerzogen, die uns immer als Schuldige sieht. Wenn ich mir die Dogmen unserer Religionen anschaue, wenn ich mir Ideologien anschaue, immer bist du der, der was zu tun hat. Du hast zu arbeiten, du hast jedenfalls um Verzeihung zu bitten. Also eigentlich scheint mir das so, ich komme auf die Welt und bin schon mal grundsätzlich ein Sünder. Ich meine, ich sehe das von mir auf nicht so, aber viele betrachten das so und flehen immer um Vergebung, wissen aber gar nicht, um was sie eigentlich flehen. Und dann sage ich auch, so wie wir falsch bewegen, nach Viktor Schauberger beten wir auch falsch, weil wir flehen und wir tun nicht in Demut unser Ziel äußern. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Du hilfst den Menschen, sich zu erkennen. Ja. Und das ist bestimmt nicht so einfach. Und es gibt bestimmt auch einige, die das nicht so gern sehen, was du tust. Das ist richtig, weil ich sage immer, wenn ich den finden will, der schuldig ist an meinem Schicksal, gehen wir mal in den Flur, da hängt ein Spiegel, schauen wir mal da rein, dann finden wir ihn sicher. Und das ist dann immer das erste Erkennen. Heil durch Erkennen ist im ersten Moment unbequem. Aber es hilft uns, dass wir nicht wie bei den vielen symptomatischen Anwendungen mit dem Rasenmäher übers Unkrautfeld gehen und nach drei Wochen ist das Unkraut wieder da, sondern es hilft uns, die Wurzel des Unkrautes zu ziehen und sagen, ach deshalb, na kein Wunder. Und dann ist aber hinterher das, was wir bearbeitet haben, auch weg. Wenn dann noch der Schmerz wiederkommt, liegt garantiert eine andere Inkarnation darunter, die dann neu zu bearbeiten fehlt. So haben die Schmerzen manchmal wie im Blätterteig Schichten von Ereignissen, die übereinander gelagert sind. Und wenn man den letzten abgehoben hat, die letzte Schicht, dann hinterher ist die Stelle frei und weiß und tut nicht mehr weh. Wie definierst du denn dann Krankheit? Was ist für dich Krankheit? Krankheit ist ein Signal und die Krankheit zeigt uns, dass wir irgendetwas noch aufzuarbeiten haben und es hat keinen Zweck, sie eben hinauszuschieben in die Aura oder in die Atmosphäre, denn damit verlieren wir nur Zeit und wir sollten die Krankheit ja bearbeiten, das heißt den Konflikt, der der Krankheit zugrunde liegt. Und deswegen bearbeiten wir mit dieser Heilmethode Heil durch Erkennen die Krankheit im Körper, da wo sie steckt, bis sie dann wirklich zur Lösung, zur R-Lösung kommt und dann ausfließen kann. Das Ergebnis ist, dass dann hinterher durch das Ausfließen der Mensch sich vielleicht kurzzeitig sogar noch ein bisschen kranker fühlt, aber es ist dann wirklich so, dass es ganz weg geht, als ob man eine Tresortür aufmacht, statt bloß durch das kleine Guckloch zu schauen, wo man sonst das Ausfließen der Krankheit spüren würde, durch einen Langzeitschmerz. Man reißt die ganze Tresortür auf, dann kommt ein Schwall raus von der Belastung und dann ist es aber nach ganz kurzer Zeit weg. Und den Tresort können wir waschen und wieder für was Gutes benutzen. Toll geschildert, toll auch verständlich für die Menschen. Jetzt möchte ich nochmal hinweisen, auch auf deine Website, die wahnsinnig viel Information erhält. Wenn Sie, liebe Zuschauer, auf die Seite www.clairlabell.de gehen, dann sehen Sie das, was jetzt hier auf dem Monitor angezeigt wird. Hier geht es um Mithilfe zu Gebetsfriedensreisen nach Südafrika Anfang 2013. Dann schauen wir mal hier hinein zum Thema Heilungsbeschreibung. Da ist eine Kurzbiografie drin von Claire Labell. Dann schauen wir mal, ob wir auch ein paar Fotos finden, wo Sie arbeiten. Stehen die auch auf deiner Website? Nein, die sind auf dem Stick. Ah, hier haben wir Heilende Hände durch Leuchtungsbeschreibung. Da ist es, ja. Da haben wir es. Genau, so arbeite ich. Da sehen wir jetzt so ein Foto. Das sind, was Sie da rechts sehen, liebe Zuschauer, das sind, ich gehe mal da mit dem Mauszeiger hin, das sind die Füße eines Patienten. Da hat die Claire ihre Hand dran. Hier hat sie ihr Papier, wo sie die ganzen Dinge aufschreibt, die ihr da in den Sinn kommen und die natürlich der Körper und die Seele, die vor ihr liegen, dann vermitteln. Da ist es auch nochmal ganz toll beschrieben. Energieübertragung, das Nachgespräch, die Innenschau und so weiter, wie das Ganze geht. Und wie gesagt, bedenken Sie, 15. bis 20.06. Das ist die Möglichkeit, wo Sie Claire Labelle selbst sehen können. Und hier haben wir auch nochmal einen Kurzvideo. Den zeigen wir nochmal ganz schnell im Ansatz. Mein Name ist Claire Labelle und ich möchte Ihnen jetzt und in der folgenden Serie von unseren kleinen Filmen, die wir machen werden, immer wieder von einem Thema erzählen, was ich mit Ihnen behandeln möchte. Es sind kurze, interessante Filme mit kleinen, kurzen Geschichten, die Ihnen das Leben auf der Erde, den Sinn des Lebens auf der Erde und das Leben in den anderen Seelenreichen ein bisschen nahe bringen sollen. Haben Sie viel Spaß dabei. Heute möchte ich Ihnen von den Wunderheilungen erzählen. Auch Wunderheilungen unterliegen gewissen Gottesgesetzen, die einfach nicht zu umgehen sind. Bestimmt haben Sie schon gehört, dass Menschen manchmal von anderen Menschen wieder herauskommen, die in Heilkraft eingeströmt haben und die Heilkraft hilft. Eine kurze Zeit ist der Mensch schmerzfrei und die Sachen heilen auch scheinbar ganz gut und sie können auch heilen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Jede Krankheit hat ihre Austragungszeit. Diese Austragungszeit ist ganz, ganz wichtig, denn die Austragungszeit bedingt die Zeit, die die Krankheit im Körper ist. Wenn diese Austragungszeit vorbei ist, dann kann der Körper von den physischen Gebrechen auch geheilt werden. Und diese Abklingzeit, wenn man so möchte, kann durch Menschen, die heilende Hände haben, sehr stark verkürzt werden. Insbesondere dann, wenn der Mensch versteht, warum er die Krankheit hatte. Jede Krankheit hat eine gewisse Ursache. Die Ursache kann darin liegen, dass der Mensch zivilisatorisch etwas falsch gemacht hat. Essensgewohnheiten zum Beispiel, Süchte, Trinkgewohnheiten, Lebensgewohnheiten, wenig Schlaf oder Ähnliches. Oder sie kann aber auch seelische Ursachen haben, die entweder aus diesem Leben kommen. Wir kennen das Phänomen von dem Stressmagen, der wirklich dann immer anschlägt, sauer wird und wehtut, wenn der Mensch unter starkem Stress steht. Oder es kann auch eine Krankheit sein, deren Zeitpunkt des Ausfließens ich mir in der Planung für mein Leben vorgenommen habe, weil diese Krankheit aus einer alten Inkarnation kommt und noch zum Ausfließen drängt. Dieses Ausfließen befreit meine Seele von einer großen Last, die sie vorher getragen hat. Der Körper ist also quasi auch so etwas wie ein Ventil, wie ein Trichter, wo das Karma aus der Seele, was noch oben in den Seelenreichen gespeichert ist, ausfließen kann. Der Mensch denkt darüber nach, warum habe ich die Krankheit, warum kam sie spontan. Äußere Ursachen gibt es keine, Anlässe gibt es keine, also muss sie doch eine andere Ursache haben. Diese Ursache ist beim Ausfließen der Krankheit aus den Seelenreichen im Körper gespeichert, in den Zellen gespeichert. Die Menschen, die Heilstrahlung geben können und gleichzeitig sehen, können dann genau ihren Patienten oder Klienten erklären, aus welchem Grunde die Krankheit jetzt in den Körper eingeflossen ist. Sie sehen, was im Körper vor sich ging, sie sehen die Szene, die Situation, die sich im früheren Leben abgespielt hatte. Sie können ihrem Klienten auch erklären, wo noch etwas zu vergeben ist. Ist der Klient schlecht behandelt worden, darf er vergeben. Dadurch werden viele Seelen frei und sein Körper wird von der Nachtragendheit und ihren Folgen befreit. Andersherum gibt es auch Krankheiten, die auf Tätertum beruhen. Dann kann der Mensch heute sich bei den Menschen, denen er früher einmal wehgetan hat, entschuldigen. Dadurch bekommen die auch die Gelegenheit, letztendgültig zu vergeben und dadurch die Seele des Menschen, der jetzt auf der Erde inkarniert ist und die Krankheit trägt, freizumachen. Dieses Freimachen der Seele ist letztendlich das, was wir Erlösung nennen. Die Lösung des karmischen und der karmischen Gebundenheiten aus unserem Körper und aus unserer Seele. Wenn diese Krankheiten sich lösen und dann auch ganz verschwinden können, weil der Mensch verstanden hat, warum er die Krankheit hat, so kann der Mensch anschließend auch wirklich gesunden und die Ärzte sprechen von Spontanheilungen, wir sprechen von Christusheilungen oder manche sagen auch Wunderheilungen. Die Wunderheilungen beruhen auf diesem Gesetz. Der Mensch hat verstanden, warum er die Krankheit hat. Er kann die Krankheit lösen. Er löst sie mental und in dem Moment, wo sie mental gelöst ist, kann sie auch durch die Gnade unseres großen Vaters aus dem Körper verschwinden. So entstehen die Wunderheilungen. Will der Mensch sich aber nicht ändern und behält er seine Gewohnheiten bei, behält er seine Charakterzüge bei, wie Nachtragendheit oder Groll, so kommen die Krankheiten nach einer gewissen Zeit natürlich wieder. Denn die Krankheit ist gleichzeitig auch ein Seismograph. Ein Seismograph bedeutet, dass sie immer dann anzeigen. So, liebe Zuschauer, wir blenden uns da einmal aus, dass Sie natürlich Claudia Labell in live erleben können auf ihrer Website unter www.clairlabell.de viele, viele Informationen. Ihre Termine sind drauf von Ihren Seminaren und natürlich auch von den Zeiten, an denen Sie Ihnen, wenn Sie Hilfe suchen, zur Verfügung steht. Ich möchte noch mal speziell darauf kommen, vor uns auf dem Tisch wird die Regie auch noch mal einblenden stehen, eine Reihe ganz interessanter Bücher. Schildere uns doch einmal kurz, wir blenden die auch noch mal über den Monitor ein, was du für Bücher geschrieben hast und was der Zuschauer da erwarten kann. Das erste Buch ist praktisch ein Nachschlagewerk, Heilung von der Seele her. Dort bespreche ich die Themen, die in zigtausenden von Heilstrahlungen immer wieder in denselben Organen oder Gelenken zu sehen waren. Und diese Themen habe ich jetzt aufgenommen, praktisch vom Zeh bis zur Haarspitze. Welche generellen Themen trägt welches Organ? Niere links, zum Beispiel Partnerschaft. Die Bauchspeicheldrüse, die Anerkennung, die man im Leben bekommt oder nicht bekommt, woheraus die Diabetes entsteht. Gehirntumore, uralte Unbarmherzigkeiten in irgendeiner Zeit, wo man selber Befehlsgeber für Kriege war und ähnliche Sachen. Das kann man dort nachschlagen. Und ich habe eben schon sehr viele Therapeuten gesehen, die immer wieder auch mal nachgucken, was kann ich jetzt meinen Patienten so als kleinen Hinweis mitgeben? Gucken Sie doch mal, Ihr Knie tut weh. Hätten Sie Lust, irgendjemanden aus Ihrer Familie und Ihrem Umfeld zu kicken? Ja, ist das denn die seelische Ursache dafür? Und so kann man manchmal mit einem ganz leichten Stupfer, selbst wenn der Patient keine Antwort gibt, das Nachdenken anregen, damit der Patient dann auf die Ursache seiner Krankheiten kommt. Das zweite Buch ist dann über die... Heilung von der Seele her. Genau. Das zweite Buch ist dann über die Chronologie des Lebens, die 7x7 Jahre und ihre Lernstufen und wie wir Alterskrankheiten vermeiden können oder was wir tun können, um Alterskrankheiten dann eben wirklich jetzt wieder zu überwinden. Es geht dann um den Lebensfilm, um die Neuplanung und um die Relation zwischen dem, was wir in dem Leben nicht gemacht haben, wie sich das dann nachher wieder in den Kinderkrankheiten niederschlägt. Das heißt, was wir in einem Leben nicht bearbeitet haben von alten Karmers, kommt dann in den Kinderkrankheiten wieder. Alters, Lungenentzündung, neugeborene Lungenentzündung, Altersdiabetes, Jugenddiabetes und die Korrelation wird dort beschrieben. Und im dritten Buch haben wir die seelischen Krankheiten, alles was Phobien, Ängste sind, auch Ganzkörperkrankheiten und Behinderungen. Wie heißt das? Über allem steht die Liebe? Ja, genau. Dieses Buch ist das, weil vieles ja dann in Liebe dann noch wieder aufgehoben wird, wo man sagen könnte, hier auf der Erde, das kann man nicht verzeihen. Und es wird auch erklärt, wie die Seelen, die nicht inkarniert sind, mit uns Menschen auf der Erde in Kontakt stehen, so dass vieles, was heute in der Psychiatrie und der Schizophrenie oder Psychose bezeichnet und eingeliefert wird, dann jetzt hinterher eigentlich ganz leicht gelöst werden kann, wenn man mit den Seelen redet. Weil die wollen ja was von einem. Die haben ein Anliegen. Und wenn ich die Seelen und die Menschen zusammenbringe, die da im Haus rumknacken oder die an einem hängen und Unfälle verursachen oder einen stolpern lassen, dann hinterher, dann merke ich dann auch, aha, jetzt ist gut und jetzt ist die Seele verschwunden, sie hat ihre Genugtuung bekommen und kann jetzt ab ins Licht. Und so heilen wir dann auch diese Art von Krankheiten, die aufgrund dieser Korrelation entstehen. Also die Ursachen sind wahnsinnig vielfältig, was ich da höre und immer wieder und immer wieder. Ich habe mich ja mit vielen Thematiken beschäftigt. Neue germanische Medizin sagt ja auch letztendlich, es gibt keine körperlichen Krankheiten. Es gibt Krankheiten von Geist und Seele, die irgendwann vom Körper reflektiert werden. Richtig. Und du bestätigst das einfach und du gehst sogar noch einen Schritt weiter und sagst, nicht nur hier die geistige Thematik, sondern aus unserem ganzen vorangegangenen Leben, Inkarnationen, wie auch immer, tragen wir vieles mit. Nur wenn wir es anschauen und nur wenn wir bereit sind, daran zu arbeiten, dann lösen wir es auf und dann können wir auch von unserer Krankheit befreit werden. Dann gibt es noch ein viertes. Eine Minute haben wir noch. Da geht es um Seelenebenen. Genau, das ist eben, was uns erwartet, wenn wir nach diesem Leben rübergehen. So habe ich die Seelenebene von der tiefsten Höllen-Ebene Grad 1, wo also die schweren Nöter sitzen, Sadisten und alles. Bis zur goldenen Stadt beschrieben, zum Teil über eigene Erlebnisse, die ich natürlich nicht aus den Höllen-Ebenen kenne, aber aus den höheren Ebenen und eben auch über Erlebnisse von meinen Patienten und eben auch Zitate aus verschiedenen Büchern, die mir dann aber vom Schöpfer gezeigt wurden, dass sie genau die Thematik treffen. Es ist ein schönes Buch, wo man eben so gut Nachgeschichten lesen kann und wo man einen Fortschritt merkt, bis man dann sich selber auch entwickeln kann bis zur goldenen Stadt, bis da unser Schöpfer uns wieder zu Hause hat. Wunderbar! Eine tolle Zusammenfassung über interessante Bücher, die viele Informationen uns geben, die uns vielleicht Fragen beantworten, die uns schon immer beschäftigt haben. Und die Menschen, die anfangen zu fragen, die plötzlich morgens aufwachen und einen seltsamen Traum hatten, Menschen, die plötzlich anfangen, Déjà-Vus zu haben, das sind alle die, wo dran gerüttelt wird, wo einer von außen sagt, hey, mein Freund, aufwachen. Nehmen Sie das an, informieren Sie sich über diese Dinge. Solche Bücher sind wichtig zu lesen, denn da nehmen Sie ein unschätzbares Wissen mit von Menschen, die einen anderen Weg gegangen sind, um uns Lehrer zu sein, um uns Helfer zu sein, dass wir unseren Weg gehen können. Bei mir heute zu Gast Claire Labell und Erika Kling, die bisher noch gar nicht viel zu Worte kamen, denn alles war so faszinierend, aber jetzt ist Ihre Zeit gekommen. Erika, schön, wie gesagt, dass du da bist. Paraguay ist ein weiter Weg. Wie seid ihr beiden denn zusammengekommen? Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Ich habe die Claire durch meine Schwester über einen Vortrag kennengelernt. Sie hat damals von ihrer Arbeit berichtet und mir ging es damals so, dass jedes Wort, das sie gesprochen hat, ich wusste einfach, das stimmt. Ich hatte ein Jahr vorher einen Unfall, einen schweren Unfall durch den Fahrrad, habe über ein Jahr lang Krankengymnastik, Therapie und Spritzen und alles mögliche gekriegt und es hat nett geholfen und in dem Vortrag habe ich dann gehört über die innere Vergebungsarbeit, habe nach dem Vortrag in der Nacht das noch gemacht, habe Vergebungsarbeit gemacht, meine Knieschmerzen waren weg. Ich habe dann sofort das Wochenende danach, der Vortrag war Freitagabend, Samstag, Sonntag das Seminar bei ihr gemacht, seelische Ursachen für Krankheiten, habe dann die nächsten Seminare alle noch bei ihr gemacht und konnte jetzt 15 Jahre lang in meinem Beruf, ich bin in der Altenpflege und ich bin Erzieherin, ich bin also in beiden Berufen tätig, konnte ich immer wieder diese Heilstrahlung, diese Durchlichtung anwenden zum Erfolg mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und jetzt in Paraguay genauso, wir bauen ja da die Arche auf, ich bin dort vor Ort, kümmere mich um die Menschen, die im Dörfle wohnen, habe eine Bäckerei, back Brot, kümmere mich um die Kunden, die ich beliefer, wenn irgendjemand Schmerzen hat, wenn irgendjemand krank ist, mache ich Heilstrahlung, mache ich Durchlichtung, sage die Ursachen und den Menschen hilft es. Also wenn ich das jetzt auf den ersten Sätzen so höre, klingt das ja fast paradiesisch. Ja. Das klingt ja fast wie, wie gesagt, eine Welt in unserer Welt, die komplett in sich autark ist und wirklich nach den Dingen lebt, die für uns Menschen eigentlich wichtig sind, wie gesagt, friedlich, harmonisch, engagiert miteinander zu leben und die wahren Werte des Lebens zu fördern und nicht nach Reichtum, Besitztum und was weiß ich, was für ein Halligalli zu streben. Das ist toll. Wie viele Menschen leben denn dort? In Paraguay jetzt, in unserem Dörf, mittlerweile sind es fünf Familien, die da leben und Paraguayer Familien, auch noch zwei. Ja, genau. Also so langsam beginnt das ganze Projekt zu wachsen. Zu wachsen, richtig. Wir gehen vielleicht mal, dass die Zuschauer noch einen Eindruck gewinnen und zeigen die Website, wenn die Regie das mal einblendet. Jawohl. Da finden Sie das Paraguay, hoch, jetzt will man rechnen, nicht mehr, da ist er wieder. Jetzt finden Sie hier das Dörfleesperanza.de. Das ist die Website, wo die Zuschauer sich darüber kundig machen können. Sie sehen da unten einen Film, der ist 33 Minuten, den zeigen wir aber nicht. Das würde die Sendezeit sprengen. Wir zeigen Ihnen gleich noch einen anderen Ausschnitt. Hier sehen Sie immer auf der Seite, das Saatkorn zieht immer weitere Kreise, den Grundstücksplan, Paraguay überhaupt, betreutes Wohnen, kommen wir auch noch einmal drauf, gleich ganzheitliche Klinik, Menschen mit Impuls zum Auswandern, was Sie alles machen müssen, wenn Sie Ihrem Land, wo Sie leben, den Rücken kehren wollen und natürlich die Hintergründe. Wie gesagt, eine sehr informativ und vielfältig gestaltete Website. Und dann wollen wir noch einmal die Erika fragen, ist es problematisch, wenn man jetzt aus Deutschland, aus der Schweiz oder aus Österreich oder von woanders sagt, Mensch, ich möchte da nach Paraguay gehen. Was wären denn die Dinge, die du dir wünschst, dass die Menschen mitbringen, um dieses ganze Esperanza, sage ich mal, nach vorne zu treiben? Ich wünsche mir, dass sie wirklich nach innen gehen, die ganzen Zivilisationsvorstellungen lassen, wo sie waren. Also du meinst, Fahrpfenzüge, Computer, Handy, iPad, iPod, was wir da alles so haben? Na, Computer nutze ich auch, Internet nutze ich auch, aber einfach diesen Wunsch, wirklich mit dem Menschen zu leben, wirklich ins Herz zu gehen, auf sein Herz zu hören, mit der Natur zu leben, mit den Pflanzen, mit den Tieren, mit den Menschen um mich herum, einfach zu spüren, was braucht mein Gegenüber, mein Nächster, wo braucht er jetzt, wo kann ich ihm helfen, wo braucht er mich, was kann er tun, wo kann er das finden, was er sich zur Lebensaufgabe gemacht hat. Das ist das Wichtigste. Wenn ich mich jetzt entscheide und ich sage, Mensch, ich habe das jetzt gesehen im Fernsehen und ich spreche mit vielleicht meiner Frau oder sogar mit meiner ganzen Familie, wenn ich Kinder habe und sage, Mensch, wollen wir nicht hier die Zelte abbrechen und wollen nach Paraguay gehen. Was müsste ich mitbringen, wie komme ich zu einem Haus, ganz konkret muss ich jetzt 100.000 Franken oder Euros haben, um da zu leben, was, wie ist es mit dem Tun, wie ernähre ich mich da drüben, gib uns da mal ein bisschen Information. Mitbringen, klar brauche ich ein bisschen Geld, um vielleicht ein Grundstück für mich zu kaufen, ein kleines Grundstück oder ein Hektar. Wo sind wir da in der Größenordnung? Vom Preis her? Ein Hektar kostet schon im Moment 6.000 Euro, 6.000, 7.000 Euro. Da lachen sich die Schweizer jetzt tot, ich höre es bis hierher. Ein Hektar für 6.000 Euro, das sind ungefähr 7.500 Franken, da kriegst du hier wahrscheinlich, kannst du gerade eine Toilette drauf errichten, mehr Platz wird da nicht sein. Aber auf dem Hektar, da hat man für eine Familie genug Grund, um seine Familie ernähren zu können, um alles anzubauen, was ich fürs tägliche Leben brauche. Angefangen von den Früchten, übers Gemüse, über Hühner, die ich halten will, vielleicht eine Milchkuh, die ich haben will, es reicht. Also das heißt, ich kann da drüben, zwar ein in Anführungszeichen einfach, ich sage immer, die Menschen meinen ja, wenn sie jetzt im Garten arbeiten, das tun ja viele hier auch, die Gärten haben und die gerne Gärtnern und so, da drüben ist das aber nicht als Hobby, da ist es einfach der Lebensinhalt, um einfach Nahrung zu erzeugen. Dann muss man natürlich sehen, die Natur da drüben gibt viel mehr her, weil natürlich das Klima ganz anders ist. Und ich kenne diese unglaublichen Blüten und Früchten, die in einer ganz anderen Dimension sind, wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube, bis auf wenige Ausnahmen haben wir auch noch einen Vorteil, Böden und Natur sind noch nicht so mit Umweltgiften belastet, wie das heute hier in Europa der Fall ist. Wir haben einzelne Ausnahmen, es gibt einen See, den hat die Industrie gekillt, also ist mittlerweile totes Wasser, aber auch da gäbe es Lösungen, den wieder zum Leben zu erwecken. Das wäre das Erste. Gibt es Probleme mit dem Aufenthalt? Kriege ich ohne Probleme eine Daueraufenthaltsgenehmigung? Es gibt kein Problem damit. Ich brauche im Grunde die Geburtsurkunde, wenn ich verheiratet bin, die Heiratsurkunde. Ich brauche ein polizeiliches Führungszeugnis und ich muss ein Konto nachweisen. Im Moment ist der Stand bei 5000 Dollar. Das sind ja weniger als 5000 Franken. Der Dollar ist ja bloß noch 98, oder was? Und dann die Daueraufenthaltsgenehmigung kostet nochmal 1000 Euro. Natürlich den Flug dahin, 1000 Euro, so im Schnitt. Und dann für ein Häuschen, ich kriege wirklich für 10.000 Euro, sage ich mal, ein schönes Häuschen, wo ich leben kann. Also wenn ich das jetzt nochmal im Kopf, ich bin ja ein ganzer schneller im Kopf, zusammenrechne, dann habe ich roundabout 10.000, ich sage einfach mal Euro, dass die Leute das so verstehen, 10.000 Euro für Grundstück zu kaufen, für die Genehmigungen zu machen und wie gesagt, für meine Daueraufenthaltsgenehmigung, also diese ganzen Randgeschichten mit Flugticket, weitere 10.000 Euro für ein Häuschen auf das Grundstück zu stellen und schon kann ich mit meiner Familie, jetzt sage ich mal, also wir haben mit 20.000, 25.000 Euro, Haus, Grundstück, Aufenthaltsgenehmigung, Flugtickets und alles und dann ist es ja so, ich meine heute, wenn man allein in einem Haus lebt und seinen Hausstand veräußert, hat man das Geld schon, weil das ist ja irre, wir haben ja ganz andere Verhältnisse vom Geld. Also das ist ein wirkliches Neustartland, aber wie gesagt, das möchte ich den Menschen da sagen, nicht euphorisch werden und nicht in Dinge gehen, wo man ein Land sieht, wo Milch und Honig fließt. Arbeit ist in dem Leben etwas Natürliches, der Mensch ist nicht gemacht, um den ganzen Tag Fernsehen zu schauen oder zum Fenster hinaus zu schauen, nein, eine sinnvolle Beschäftigung in Einklang mit der Natur, im Einklang mit der Umwelt und den anderen Menschen. Natürlich ist so ein Dörfli, wenn man die alten Sinn und Zwecke von Gemeinschaften sieht, darauf aufgebaut, dass nicht jeder allein auf seinem Acker herumwurschtelt, sondern dass man in Gemeinschaft etwas tut und die Böden sind vielleicht da besser und die anderen sind da besser. Dann kann man sich überlegen, ob man eventuell Baumsetzlinge, Äpfelbaum, Birnbaum, alle diese Dinge mitnimmt, Kartoffelpflanzen, Samen von Moringa-Bäumen, Sie haben viel gehört in meiner Sendung, über tolle Pflanzen, die man da drüben anpflanzen kann, Tees herzustellen, ein wunderbares Land, aber etwas Engagement und tägliche Arbeit gehört dazu, nur einen Vorteil haben Sie, es steht niemand hinter Ihnen, der Ihnen sagt, wann Sie was zu tun haben, wann Sie aufzustehen haben und nach wem Sie sich zu richten haben. Es gibt ganz wenige staatliche Regularien, Krankenversicherungen und sowas. Gibt es das überhaupt? Gibt es, aber freiwillig. Ah, also jeder kann selbst entscheiden, wie ist die Energieversorgung, welche Kosten laufen da auf und Wasser? Also Wasser ist auf dem eigenen Land, wir haben überall unsere Brunnen, bei uns machen wir es sogar so, dass wir die Brunnen in die Häuser setzen, dass wir bei Sturmzeiten in der Wandlungszeit der Erde auch noch unser Wasser haben, ein Zentralbrunnen mit Wasserturm, jetzt kommt noch ein zweiter Zentralbrunnen, so wie wir Sponsoren finden, um noch einen zweiten Wasserturm zu bauen, in dem auch unten ein Whirlpool sein soll, wo man sich dann auch im Winter mal ein bisschen schön baden kann. Swimmingpool ist dort kein Luxus, sondern es ist eine Notwendigkeit, wir Europäer müssen uns zwischendurch immer wieder abkühlen können, in den Hochsommermonaten, Dezember, Januar, Februar, das geht gar nicht anders. Wie ist es mit elektrischer Energie? Elektrische Energie ist da, im Moment Monophasen, sie haben aber auch Dreiphasenstrom, nur müssten wir den noch aufs Land legen und da sind unsere Mittel bisher zu beschränkt gewesen, um das bis aufs Land zu bekommen. Was wären das für Kosten, weil das wäre ja ein Projekt, was ich gerne vielleicht annehmen würde, um die Energieversorgung im Dorf sicherzustellen, welche Kosten würden da auf euch zukommen? Also ungefähr 50.000 Euro ist im Moment der Dreiphasenstrom. Um die Hochspannungsleitungen rüberzulegen bis ins Dorf, dass da eine Stromversorgung da ist. Natürlich wäre es auch ideal, wenn wir einen Sponsor finden, der mit Solarzellen und den entsprechenden Anlagen vielleicht ein bisschen... Und Windanlage. Und Windanlage, da gibt es ja ganz tolle, wir brauchen keine Propeller, da gibt es diese Dinger, die sich so drehen wie ein Fass, sehen die aus, die viel, viel effektiver sind. Also es gibt da einiges zu tun, und nach der Sendung werden wir noch ein paar Dinge aufschreiben, die wir dann veröffentlichen, um das zu unterstützen. Was ist denn dein größter Wunsch, Erika? Wo würdest du denn ganz sehen, dass das so in zehn Jahren ist? Unser Dörfle. Das sagt, unser Städtler heißt. Genau, das wünsche ich mir wirklich, dass das belebt ist, dass da die Menschen in Frieden leben können. Und jeder seine Früchte anbauen kann, vom eigenen Land leben kann. Wenn man es geschickt anfasst, kann man zweimal im Jahr ernten. Die Erdnüsse, die Früchte, zweimal das Wetter, es ist warm, wir brauchen kaum Heizkosten. Der Großteil vom Jahr ist warm, zehn Monate. Es ist toll. Wie ist es Regenzeit? Nein. Gibt es das in Paraguay? Ich weiß es nicht. Es gibt, nein, anders wie in den Tropen. Wir sind immer noch in den Zugtropen. Es gibt Zeiten, wo es mehr regnet, und dann Zeiten, wo es weniger regnet. Aber es sind meistens, es ist ein Tag, oder mal zwei Tage Regen, und dann ist wieder Sonne da. Ich glaube, der Regen ist, ich kenne das von der Karibik, der ist warm. Also da geh ich raus und läufst nackig rum, das ist das Beste, was du tun kannst. Wir steigen gewaschen noch, und das von der Natur ist auch nicht schlecht. Und wenn deine Angestellten da sind im Bikini. Genau, genau. Und wie sieht das Ganze aus? Tiere, giftige Spinnen, Schlangen? Gibt es. Gibt es natürlich. Aber wenn man mit einem gesunden Menschenverstand und mit einem normalen Verständnis für die Tiere, für die Natur da lebt, und den Tieren auch ihren Raum gibt, dann hat man keine Gefahr. Schon mal was passiert im Dörfland? Nein, bis jetzt noch nicht. Wunderbar, wunderbar. Das sind ja immer so Sachen, wo der Europäer denkt, oh, das ist alles giftig und so weiter. Genau, Spinnen und Schlangen und alles, aber die fliehen, wenn die den Fußstatzen hören. Genau. Ja, so kenne ich das auch. Ich war in Arizona und da hat es ja unheimlich viele Klapperschlangen. Aber sobald du fest auf den Boden tritt, sind die sofort weg. Die Erschütterung mögen die gar nicht. Und so muss man sich ein bisschen dem Umfeld anpassen, wo man ist. Ich sage, ich gehe ja auch nicht mit Zandaletten in die Berge, in die Schweiz. Genau so ein Unsinn. Obwohl es auch einige machen, aber vielleicht ein anderes Thema. Ich möchte noch mal auf den Film kommen, dass unsere Zuschauer so ein bisschen einen Eindruck haben, wie das in... Ach nee, bevor wir den Film anschauen, schauen wir uns noch was anderes an. Erkläre uns mal dazu, was die Zuschauer hier sehen. Das ist jetzt das Erholungsheim. Das Erholungsheim liegt in der Nähe von Asunción, damit eben die Leute, die dort jetzt eben wohnen, dann auch mal in die Großstadt kommen möchten. Das ist für Menschen, die eben betreut werden möchten, wie unsere Hella, die man dort sieht, die deutschstämmige, die Gründerin, Gründer-Enkelin von San Bernardino. Und dort ist es also gemütlich. Ihr seht, dort ist dann noch der eckige Baustil, so wie wir es vorgefunden haben. Das Schwimmbad, in dem wir uns dann auch im Sommer dann sehr gut erholen können. Gegessen wird draußen, reingegangen wird eigentlich nur zum Schlafen. Deswegen sind die Häuser relativ klein und der Außenraum relativ rot. Vollpension hier in diesem Teil für Schweizer Verhältnisse um die 600 bis 800 Franken. Mit Pflege sind wir ungefähr bei 1500 bis 2000. Auch bei 2000 dann mit Einzelfläge. Das heißt also, Sie bekommen Ihre Pflegerin an Ihre Seite. Auch für Familien. Und dann soll es noch größer werden. Es darf dann noch ein Pflegeheim gebaut werden. Es ist ein Grundstück nebenan, was wir dafür nützen wollen. Und dann können Menschen aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich den Lebensabend bei uns verbringen. Wie viele Menschen leben derzeit dort? Im Moment sind es 6 bis 8 mit den Anmeldungen, die jetzt noch offen sind. Wie viele könntet ihr aufnehmen? Wenn wir jetzt noch das Pflegeheim bauen, denke ich, können es 40 bis 50 werden. Im Moment ist unsere Kapazität ungefähr bei 12 Leuten im Doppelzimmer. Also das bedeutet, es könnten sich auch noch weitere 4, 5, 6 melden, die sich dort engagieren wollen. Und auch da, liebe Zuschauer, wir wissen ja, wir leben auf dem sogenannten Vermögenden-Teil. Das heißt nicht unbedingt, dass wir es verdient haben hier. Nein, wir haben das Geld einfach, um uns heute sogar Pflegeheime leisten zu können, die 6 bis 10.000 Franken im Monat kosten. Die Frage ist, ist das sinnvoll, ihr Geld auszugeben in einem System, was durch Abgaben so viel Geld in andere Kanäle führt, dass ihnen nichts selbst zugutekommt. Wenn Sie sich das anschauen, in einem Land zu leben, wo sehr, sehr schönes Wetter ist und wo Sie Menschen um sich herum haben, die Sie pflegen, die das aus dem Herzen tun, dann wäre doch die Frage, ob Sie vielleicht wirklich diese 2.000 Franken aufwenden für eine wunderbare Pflege und den Rest, wenn er Ihnen zur Verfügung steht, einbringen in ein Projekt, das zum Beispiel ein neues Pflegezentrum dort angebaut werden kann. Weil lassen Sie noch einmal die Bilder auf sich wirken, wie unglaublich schön das ist und wie harmonisch das ist. So, dann schauen wir uns noch ganz kurz den Film an, den es gibt aus diesem Zentrum, dass wir noch einen besseren Eindruck bekommen, jetzt vom Dörfli. Seit 2005 hörten wie immer denen wieder den Ruf Kinder, jetzt kommt! Seit 1991 hatte ich bereits vom Vater immer wieder erfahren, Kind, halte immer so viel Geld bereit, dass du ein Flugticket nach Buenos Aires kaufen kannst, von dort aus gehe flussaufwärts und dort, wo der Fluss sich teilt, ist das Tal des Friedens. 2005 kam dieser Ruf konkret, jetzt geht! Wir sind dann auch wirklich losgefahren und haben uns erstmal vorher auf der Karte angeschaut, wo wir denn überhaupt hin müssen. Von Buenos Aires auf der Landkarte mit dem Finger flussaufwärts, dann trafen wir an den Rio Paraguay und den Rio Parana und die Spitze von Rio Paraguay und Rio Parana, wenn man die auf der Landkarte betrachtet, sieht wirklich aus wie eine Arche. Aha, da unten lag Asunción, also war das der Zielflughafen. Wir flogen einfach los, vor genau sechs Jahren. Und wir ließen uns dann wirklich vom Vater führen, wir hatten eine gebuchte Reise gemacht, die uns dann alles zeigen sollte, was zu zeigen war. Diese Reise wurde vom Vater auch abgesegnet und wo wir dann in dem Teil von Paraguay ankamen, Guayra, der am schönsten, am grünsten und am meisten mit Wasser durchzogen ist, Becher hat, Seen hat. Da waren wir sehr, sehr froh und fühlten uns irgendwie wie zu Hause. Unser Führer, der uns dann verschiedene Sachen zeigte, hatte uns genau angeschaut und zeigte uns ein Land und auf diesem Land standen wir unter dem riesigen Mangobaum und es kam ein Lichtstrahl vom Himmel runter, in einer Stärke, dass wir beide durch und durch glühten und wir wussten, das ist das richtige Land. Es war auch das Erste, was er uns gezeigt hatte. In der Folge haben wir noch andere Grundstücke und andere Ländereien besucht, aber auf nicht einem war dieselbe Antwort wie auf unserem Land. So legten wir zusammen, was noch zusammenzulegen war und erwarben es dann Stück für Stück erst einmal mit all den wenigen kleinen Mitteln, die uns zur Verfügung standen und dann bald fingen wir dann an, auf dem Land anzubauen, auf dem Land aufzubauen. Eine von uns blieb hier, leitete den Aufbau, leitete den Aufbau der Backstube, sie leitete ebenfalls so ein wenig die Bauleitung auf dem Land, besprach mit den Bauherren, was zu tun ist und so wie wir dann durch das Pendeln in Deutschland immer wieder etwas herüberschicken konnten, so entstanden dann allmählich der Wasserturm, der Brunnen, auch für die Menschen, die uns Geschenke brachten, um das alles zu bauen. Denen danken wir jetzt heute nochmal ganz herzlich. Jedenfalls Stück für Stück entstand so das, was Vater die Seelenauffangstation nannte. Untertitelung des ZDF, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir müssen nur uns entscheiden, wollen wir in einem sogenannten System der falschen Sicherheiten leben oder wollen wir wieder ein Leben leben, was menschlich ist, was harmonisch ist und was unsere Herzensgüte fördert. Die ganzen Dinge, die Sie jetzt gesehen haben, sind von Menschen geschaffen für Menschen geschaffen. Und darum geht es in dem Grundprinzip unserer Seins eigentlich. Nur haben wir uns ein bisschen davon entfernt. Aber jederzeit ist die richtige Zeit, wieder den Weg zurückzumachen. Und für alle die, die den Mut haben und den inneren Ruf verspüren, diese Seite der Welt zu verlassen und alles das, was Sie hier gelernt haben, was Sie hier machen können, mit einzubringen in dieses Dörf die Esperanza. Die sind jetzt aufgerufen zu handeln. Sie haben die Kontaktadresse auf der Webseite, auch über die Kontaktadresse, die wir genannt haben, von der Liana. Dort können Sie sich gerne kurz vorinformieren, dass es Ihnen sagt, wohin Sie sich wenden müssen. Und wenn Sie gar nicht weiter wissen, wissen Sie ja, wir sind da, melden Sie sich bei Time2Do. Wir helfen Ihnen dann schon auf die Sprünge. Noch mal zusammenzufassend, also es ging darum, eben hatte ich während der Filmlief eine Frage gestellt, braucht ihr Maschinen? Dann hast du was Interessantes geantwortet. Wir benutzen keine Maschinen auf dem Land, denn die Dieselabgaben verursachen, dass die ganzen Pflanzen voller Läuse sitzen. Deswegen ist es uns mehr gedient, wenn vielleicht auch ein zweites Paar Ochsen zu uns kommen kann und eben Flüge, die dann unsere eingeborenen Familien sehr gut eben führen können. Und die Pflanzen wachsen alle viel besser und viel schöner, wenn sie dann eben natürlich geflügt und auch natürlich gedüngt werden. Also das heißt, das Dorf steht schon bereit für die neue Art von Technologie, wie freie Energiemaschinen, Magnetgeneratoren. Also Elektrogeräte benutzt ihr auch. Ihr benutzt nur nichts, was Abgase erzeugt, also Dieselaggregate, Traktoren, all diese Dinge. Wie ist es denn beim Autofahren? Gut, das muss sein, aber das Auto bleibt oben an der Türe stehen, an der Pforteleingang zum Land. Und eben von dort aus geht es dann weiter mit dem Ochsenkarren. Das ist ja mal eine irre Nummer, das heißt, ich darf mit dem Jeep gerne kommen, aber nur bis zum Tor und dann Parapetes weiter dort. Ja, im Notfall kann man den natürlich auch benutzen, aber die nicht als Regel, weil das ist einfach so wichtig. Nein, nein, es gibt ja auch andere Fortbewegungsmittel, also Pferde könnte ich mir gut vorstellen oder Fahrräder oder wie gesagt, Mountainbikes kannst du ja quer durch den Dschungel fahren, wenn es sein muss. Genau. Also diese Dinge sind, das heißt, man geht wieder zurück zur Natur. Genau. Ich sage immer, und das kann schön sein, viele haben vielleicht zu denken, oh Gott, zurück in die Steinzeit. Dann sage ich, nee, nee, sagt mir doch mal, was an eurer modernen Welt so toll ist, wenn du in einer Stadt stehst, der Gestank, der Radau, der Lärm, die gehetzten Menschen und so weiter. Schön ist doch ganz anders. Ja. Und das muss man halt verstehen. Es ist wie zu Abrahams Zeiten. Jeder hat seinen Brunnen, seine Tiere, keine große Technik, aber es wird alles gemacht. Wir haben so viele Jahre ohne den Strom leben können, warum sollen wir es nicht wieder können? Eine ganz, ganz tolle Präsentation. Also in der Sendung zweihalbe Stunden mit unglaublich vielen tollen Informationen. Danke an dich, Erika Kling, für dein Engagement da auch in Paraguay und für alles das. Und ganz, ganz großen Dank an dich, Claire Labelle, mit dem, was du für die Menschen tust und was die Menschen lernen können, sich selbst zu finden und wieder aus ihren Dilemmas herauszukommen. Und wie gesagt, liebe Zuschauer, Sie wissen es, Sie kennen die Sendung und wissen, dass im Hintergrund immer wieder es so läuft. Tun Sie sich informieren, hören Sie auf Ihr Herz, was Ihnen die ganze Zeit sagen will. Informieren Sie sich über die Telefonnummern, über die Websites, was Sie machen können. Und denken Sie daran, die sechs Tage von 15. bis 20.06. Die sind natürlich ausgebucht schon, wenn Sie sich nicht rechtzeitig melden. Denn nur sechs Behandlungen, nur sechs Tage und jeweils zwei Behandlungen am Tag, das ist natürlich sehr wenig. Ich weiß das, aber es wird die richtigen Menschen hinführen. Und Claire hat uns ja gesagt, sie ist im Herbst wieder da. Auch diese Termine werden wir veröffentlichen. Denken Sie daran, in den nächsten Tagen unsere Projektseite zu besuchen. Dort stellen wir die ganzen Informationen zum Dörfli Esperanza in Paraguay ein. Und auch die jeweiligen Informationen zu den vielen CDs, die Sie dann auch direkt über Claire Labelle beziehen können. Mir bleibt nur noch zu sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine angenehme Nacht. Und träumen Sie davon. Es lohnt sich für Sie garantiert, wenn Sie morgen früh aufwachen, vielleicht haben Sie die nötige Erkenntnis, das umzusetzen. In diesem Sinne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017